Nikolaus Scherack, Neus, ist schon an Bord. ... berüchtigte Vertagungspraxis der Regierungsparteien. Für die Zuseher, die noch zuschauen, ist es, glaube ich, auch wichtig zu erfahren, dass Hunderte im Laufe einer Legislaturperiode, wahrscheinlich bis zu Tausende Anträge der Opposition vertagt werden und die auf Nimmerwiedersehen in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Und selbst wenn man sie mal wieder auf die Tagesordnung bringt in einem Ausschuss, sie wiederum vertagt werden. Jetzt kann man ohne weiteres darüber diskutieren, sagen wir mal Prozent, 95 Prozent der Ideen der Opposition sind schlecht, was ich nicht glaube, aber nehmen wir mal an. Aber selbst dann hätten wir noch 5 Prozent, über die man intensiv diskutieren sollte. Das passiert nicht. Dazu bräuchte es, damit wir diese unerträgliche Vertragungspraxis, dieses Begebnis erster Klasse, wie es auch genannt wird, damit er mein Ende gesetzt wird, bräuchte es eine Änderung der Geschäftsordnung. Wir schlagen hier in dem Zusammenhang vor, dass es jeweils nur zweimal vertagt, also dass eine zweimalige Vertragung möglich wäre und immer nur für sechs Monate. Ich glaube, über Details kann man ohne weiteres diskutieren. An dem hänge ich mich jedenfalls, oder halte ich mich nicht fest. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass diese Vertragungspraxis ein Ende hat. Wir haben es in der Demokratie-Unkehrt auch entsprechend diskutiert. Das ist ein absoluter Unzustand in diesem Hohen Haus. Und das muss ein Ende haben. Und ich glaube, dass es hier endlich an der Zeit ist, dass auch entsprechend etwas passiert. Nachtrag zur vorigen Abstimmung. Ich weise den Antrag 487 AE dem Verfassungsausschuss zu.